Ja, meine lieben Leute, hier Metall und herzlich willkommen zu diesem Video und zwar hat IDC, also 00IDC mal gefragt, ob ich denn Fortnite auf dem Smartphone spielen kann und das mache ich hier auch. Irgendwie hat der Charakter hier überhaupt nicht geladen. Naja, was soll's schon? Vielleicht jetzt? Irgendwie doch nicht. Naja, wir spielen jedenfalls mal auf dem Samsung Galaxy A8. Ich habe ihm eigentlich zurückgeschrieben, ich habe das eigentlich schon mal ausprobiert auf dem Smartphone zu spielen und das hat sehr gestockt und so und ja, das hat er es eigentlich auch. Aber ich habe gedacht, ja gut, eigentlich kann ich trotzdem ein Video machen und zwar habe ich das Samsung Galaxy A8 auf dem ja eigentlich noch nie Fortnite gezockt und wollte eigentlich mal herausfinden, wie gut und wie flüssig denn das wirklich hier läuft. Übrigens kann es sein, weil ich es aufnehme, dass es ein bisschen noch schlechter ist, als er eigentlich sonst schon ist. Außerdem habe ich ja einen Xbox One Controller angeschlossen. Das heißt, er hat über Bluetooth noch was und außerdem, dass ich den Sound auf dem PC bekomme und so aufnehmen kann. Dann habe ich das Ganze natürlich auch noch, ja. Und ein Fehler, der schon immer oft passiert ist, dass er einfach weiterläuft hier. Ich bewege mich zum Beispiel gar nicht. Übrigens gab es heute diesen Tanz hier, wo ich das gerade aufnehme. Und ja, ihr seht schon, es läuft extrem gut und flüssig, ne. Also, ähm. Ihr wisst übrigens gar nicht, wie das Ganze aussieht für mich. Ich habe hier sehr wenig... Naja, ich sehe übrigens sehr, sehr wenig. Ich weiß gar nicht gerade, was Samsung Galaxy A8 überhaupt für ein Monitorgröße hat. Und, äh, daher, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich wollte es euch mal zeigen. So sieht das Ganze aus. Übrigens maximal eigentlich 30 FPS. Jetzt steht hier nur bis 15 FPS. Äh, ja. Aber irgendwie, das Smartphone kann nur 30 FPS hinbekommen. Aber es ist ja noch schrecklicher, als wenn man auf der Switch spielen würde. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwie irgendwas hinbekomme, weil ich sehe echt wenig. Aber da er ja wissen wollte, wie das eigentlich läuft. Einfach zum Zeigen. Ja, das Gerät wird, also das Handy wird eigentlich nicht als kompatibel eingestuft. Aber egal. Eben durch das Aufnehmen kann es natürlich schon ein bisschen sein. dass es noch ein bisschen mehr ruckelt. Und ich habe jetzt hier einfach das... Okay, jetzt gerade nicht mehr. Aber normalerweise ist das Problem, dass er halt einfach weiterläuft. Oder vielleicht nicht so gut mit dem... Äh, Ding. Ja, seht ihr? Ich mache eigentlich gar nichts. Er läuft einfach weiter. Das hatte ich schon mal. Na ja. Die Qualität kann man eben vergleichen mit dem... Nintendo Switch, würde ich jetzt sagen. Darum habe ich damals gesagt, ja... Weil ich den Vergleich gemacht habe, das ist etwa... Ein besseres Smartphone-Ding. Aber es läuft genauso... Scheiße. Wie, Alter. Ja, auf der Switch, beziehungsweise ein bisschen schlechter. Weil ich sehe hier ja natürlich noch weniger. Äh, Samsung Galaxy A8 hat halt nicht so einen großen Monitor... Wie die Switch eigentlich. Klar, vom Controller her jetzt gesehen, äh... Es ist angenehmer. Weil die... Tasten hinten, ne? RZ und LZ oder was auch immer es ist... Sind hier ein bisschen besser. Also ich verstehe manchmal das Problem hier nicht. Dass er da rüberläuft. Na, egal. Ist halt ein bisschen so ein Bug. Aber dieser Tanz war sehr super. Ich will mal sehen, wie das aussieht übrigens. Wenn man das mit anderen Leuten macht. Wenn es dann nicht legen würde, ja? Übrigens, das Spiel leckt extrem. Und ich weiß auch gar nicht, wie gut die Aufnahme sein wird. Ich hoffe auch nicht, dass sie abgebrochen wird oder so. Äh, gibt es manchmal eben zum Beispiel in... Äh, was war es? In Sea of Thieves. Äh, nein. In Battle. Wenn ich da zum Beispiel irgendwas ausgewählt habe oder so. Ist da ein Gegner? Nein. Ich sehe nicht mal, ob da ein Gegner ist. Ich... Ich erkenne da... Nicht mal vernünftig, was was ist. Also... Alle Smartphone-Spieler da draußen. Ich weiß auch nicht, wie ihr das denn bekommt. Ihr habt das Ding wahrscheinlich vor der Fresse. Ne? Vor dem... Vor dem Gesicht. Dann denkt ihr euch so... Oh, ich bin Pro-Gamer. Ich hab, äh... Smartphone-Spiel. Oh, bestes Smartphone-Spiel. Der Ping ist übrigens gar nicht so schlecht, ne? Ich mach hier nichts. Das ist echt einfach... Das ist einfach, äh... Blöd. Ich mich nicht bewege und der macht einfach weiter, ja? Okay, sobald ich mich zweimal darüber bewege... Keine Ahnung. Also, die Touch-Steuerung kann ich euch übrigens nicht sagen, weil, äh... Die wird sehr wahrscheinlich eh blöd sein. Ich hab nur gehört, man kann... Automatisch auf den Gegner schießen. Auch anmachen. Also, dass... Sobald ein Gegner da ist, dann schießt man einfach auf den. Äh... Finde ich, ehrlich gesagt, bescheuert. Aber, ja. Wenn's manche halt so haben wollen. Ich kann ja nicht mal richtig angeln, hier. Das mit dem Angel funktioniert hier nicht. Komm. Aber endlich. Wollte schon sagen, ich hab ja eigentlich mein Video endlich hochgeladen. Also, sollte das Problem nicht mehr sein. Ah, da ist ein Gegner. Ich seh den eigentlich nur dank... Okay, der hat anscheinend auch ziemlich Probleme mit der Steuerung, ne? Oh, was ich gerne wüsste, ist, wenn ich jetzt hier irgendwelche... Kann man das überhaupt? Ähm... Wo bin ich denn eigentlich? Ah, ich bin... Müsste ich eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Wollt... Das Ding war... Da... Irgendwo... Was ist denn meine Markierungen? Hallo da? Da hinten, okay. Ja, ich seh echt nicht. Also, ich mein, das sind... Ich weiß nicht. 5 Zoll? Wie der Bus einfach aussieht. Also, die Grafik ist ja echt schon mal scheiße. Und mir hier manchmal irgendwelche Dinge aufploppen. Also, da wird mein Laptop ja wahrscheinlich noch eine bessere Grafik hinbekommen. Nein, ich weiß einfach bei... Fortnite bei einem gewissen Update. Am Anfang habe ich es ja auf meinen Toshiba gespielt, ne? Meinen Laptop. Und da gab es dann ein Update und dann haben die Häuser nicht mehr geladen. Aber das ist schon lange, lange her. Das ist 2017, ne? Wo ich es angefangen habe. Anfang 2017? Oder war das 18? Ne, 18 war das, ne? Ich bin 18... Und dann habe ich ja da... Damals die, äh... Xbox One gekauft und, äh... Ja. Ich kann nicht mal einsteigen. Ich weiß ja nicht mal... Ich kann nicht wenigstens die Markierungen wegmachen. Das ist schon mal... Ein Vorteil. Aber ich sehe echt nicht viel. Sicherlich gestehen. Ihr werdet es viel angenehmer haben, weil ich habe es hier halt nicht so schön positioniert. Ich meine, ich habe das Smartphone nicht in der Hand, sondern es liegt sozusagen, äh... Auf einem Monitor, ne? Auf meinem Wacom Syndico, äh... Ne, Wacom... Doch, Syndic, äh... 24 HD. So. Jetzt lauf mal nicht mehr weiter hier. Ich will den rekrutieren. Okay, jetzt ist es mal funktioniert. Also auf der Switch hat nicht funktioniert, die beiden zu rekrutieren. Ich weiß nicht, wo ich da die Strecke abgelaufen bin. Also echt... Das war... Ja. Sind wenigstens die FPS wieder mal ein bisschen höher. Aber ich kann es euch sagen. Sobald ein Gegner kommt oder das so... Und da ist irgendwas in der Luft. Okay. Sobald ein Gegner kommt, wird die FPS-Anzahl runter drum. Das ist auf der Switch genauso. Und ich hatte es früher auf der Xbox One auch so. Ähm... Manchmal sogar auf dem PC, glaube ich. Also wo ich auf dem Laptop noch gespielt habe. Ich glaube, da hatte ich das Problem halt auch. Aber... Ja. So, ähm... Ah, ich will nicht laufen. So. Kann man hier eigentlich auch noch, äh, das... Was man gespielt hat, anschauen? Irgendwann gibt es dann Rocket League noch auf dem Smartphone. Übrigens, auf dem Smartphone sieht man den Vergleich zum Beispiel, wo ich hier eben durchgegangen bin. Ey, da gibt es ja den Effekt gar nicht wirklich. Wo ich hier genau durchgelaufen bin. Also... Die Switch-Version zu sagen, was ich da gut und schlecht finde, gab es das gar nicht. Also, man sieht den Unterschied, meine ich... Man sieht auf dem Smartphone den Unterschied nicht so gut. Ein bisschen fällt es auf, aber so ganz leicht, ne? So, dann rekrutieren wir dich auch noch, wenn das geht. Ich will nicht laufen. Hallo. Hallo, ich will mit dir... Ich will dich rekrutieren. Ich kann... Irgendwie jetzt... Ich glaube, ich werde noch einen epischen... Oh! Holen. Mach'n fertig, Killer-Küken. Ich glaube, Killer-Küken ist gestorben. Wir müssen in die Zone... Und in die Sound-Vialisierung wüsste ich zum Beispiel gar nicht, wo die Gegner sind. Oder die Frösche, die hier... Freudig hier herumtanzen. Ich glaube, Killer... Ja, Killer-Küken erleben noch. Ich glaube, er hat ihn erledigt. Ich kann nicht mal lesen, was da steht, übrigens. Ich kann diesen Namen nicht lesen, weil wer gekillt hat. Das ist viel zu klein. Ich sehe da gar... Ich sehe da den Namen nicht. Ich kann das nicht lesen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn... Wenn das jetzt eine Word-Datei wäre. Das ist Schriftgröße... Zwei. Oder so. Das gibt's nicht. Seht ihr... So... Wie soll man hier bitte schön kämpfen können? Ne? Wie soll ich hier kämpfen? Das hat ja übelst geleckt. Ich konnte ja nicht mal schießen in dem Moment. Ich will mal wissen, wie Gruppenkeile hier läuft. Ich kann nicht mal den Namen von den... Den Kumpels hier lesen. Also den einen ist klar, der hat da... Schriftzeichen, die... Jeder Europäer oder so gut wie jeder Europäer nicht lesen kann. Aber sonst... Ja, der hat ja gut markiert. Aber ich meine, ihr müsst schon auf die FPS-Zahl schauen, ne? Die ist relativ klein zwar, aber ihr solltet die ja erkennen. Solange ich die auch erkenne auf dem Smartphone... Solltet ihr die ja auch erkennen. Die droppt ab und zu zwischen 13, ne? Ja, jetzt ist sie wieder kurz auf 18 gegangen. Ich meine, was soll das? Kannst du ja nicht spielen. Wie, äh, damals, wo ich, äh... Was war es? Conan Exiles, nenn ich es immer irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Äh, jedenfalls, äh... Ja. Als ich es damals gespielt hatte, hatte ich etwa... Standardmäßig so 15 FPS. Äh, auf den niedrigsten Einstellungen, wo es überhaupt nur geht, in 27P. Äh, ja. Ich finde auch komisch, wie der das, äh, sortiert hier, ne? Er macht irgendwie das zweite Elmer an den letzten Ort. Ist ja eigentlich nett, äh, gedacht. Das mit dem Laufen nervt auch hier ein bisschen. Also manchmal ist es einfach ein Fehler, der passiert hier wegen dem Controller. Vielleicht, weil ich jetzt halt zwei Geräte über Bluetooth verbunden habe. Und ja, es ist so. Weil es ist ja der Bluetooth-Empfänger, damit ihr überhaupt den Sound hört, ne? Und ich auch Sound habe, die ihr ohne Probleme spielen können. Ich muss auch sagen, es braucht relativ viel Akku, dieses Spiel. Und es braucht auch sehr viel Speicherplatz. So, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gigabyte das waren. Aber relativ viel. Und daher weiß ich auch gar nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Ich hoffe aber, dass das nicht eben abgebrochen wird, irgendwie zwischendurch. Hier bei der Aufnahme, aber... Naja. Weil ich das ja auf dem Smartphone aufnehme. Meine Stimme zwar auf dem PC... Ja, ist das... Was ist das, ne? So. Da wäre noch ein Medikit, das brauche ich nicht. Jetzt will ich mal wissen, wenn das Ding hier in die Luft fliegt. Okay, die Explosion kommt zwar relativ schnell und so, aber... Der eine ist schon raus. Ich weiß jetzt gar nicht. Ah, okay, der mit dem komischen, äh... Zeichen da. Oder so einen Loot-Drop runterschießen. Gut, das Wasser ist klar, dass das eben nicht so gut aussieht wie sonst. Raketenwerfer. Das nimmt mich dann aber wundern, wie das mit dem Raketenwerfer ist. Die Knappe habe ich noch keinen gesehen. Was sind denn die Gegner? Das sollten noch zwölf Gegner sein. Das kann ich wenigstens noch so knapp lesen. Sterben nehmen wir dann meine Teammates. Äh, wenigstens ist das Bauen, äh, mehr oder weniger gleich. Ja, ich habe auch die Einstellung, äh, Kampfpro, glaube ich, ne? Ich mache nicht Bauprofi. Da kann ich nicht, da kann ich nicht umgehen damit. Also klar könnte ich es lernen und so, aber, aber das ist einfach eine Sache. Die passt irgendwie nicht zu mir. Schönen Bogen. Und wir nehmen die mal weg hier. So. Ja, jetzt wird mir die Steuerung noch erklärt. Das ist mir klar. Ich weiß eigentlich, wie die Steuerung geht. Ich verstehe auch nicht, wie ich das ausschalten kann, so wie mit den Einladungen und so. Oder was habe ich es mit den Einladungen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe eben an einem Tag ein bisschen experimentiert. Aber wie ihr seht, ich meine, es läuft ja so flüssig. Ich weiß nicht mal, ich sehe nicht mal, ob da hinten, also das ist ja irgendein Spiel. Das sehe ich wenigstens im Pfeil. Aber ich kann da nicht sagen, wo ist da ein Gegner oder wo nicht. Auf dem Tablet zu spielen ist das sicher noch angenehmer. Aber wenn es dort auch nur 30 FPS sind. Eben, ich meine, in den Einstellungen. Ich kann hier nur entweder 20 oder 30 FPS einstellen. Und das ist einfach für mich als PC-Spieler mehr oder weniger unspielbar. Und ich meine, es laggt ja, wenn ein Gegner kommt. Wenn der auf mich schießt, dann laggt es. Ich kann da nichts tun. Und wer, was soll man da schon machen, meine lieben Leute? Ja, jetzt kommt zum Beispiel einer. Ich hätte den aber, ja gut, ich habe ihn gehört. Eigentlich auch noch auf das achte, aber trotzdem. Äh. Ah ja, der will den Loop-Trupp. Ich treffe nicht mal. Der hat wahrscheinlich Auto-Aim an. Also ich meine, er ist auf dem Smartphone halt schon möglich. Sag ich mal. Aber ich habe ja gesehen, es hat geruckelt. Ich konnte mich echt nicht richtig bewegen, nicht steuern. Das ist jetzt auch der Fall, da. Und. Gut. Ich werde mir ja sagen, ja wieso zockst du denn auf dem Smartphone? Das macht doch keinen Sinn, da. Aber ich wollte einfach mal zeigen, hey, so ist es bei mir auf dem Smartphone. Und deswegen zocke ich es auch nicht auf dem Smartphone. Klar ist es schön, mal unterwegs zu zocken. Aber es ist ähnlich halt. Hä? Achso. Ich wollte schon sagen, ich hatte, ich habe doch den Raketenwerfer nicht verloren. Dabei habe ich nur das, was in der Mitte war. Ja, nicht mehr. Das ist meine Granaten. Aber liebe Leute, ich würde sagen an der Stelle, äh, das war's. Danke fürs Anschauen. Macht's gut, liebe Leute. Und, äh, mal schauen. Ich, äh, versuche mal die Runde noch, äh, fertig zu spielen oder so. Haben wir überhaupt Kills? Wo werden denn die Kills angezeigt? Ich sehe dann ja nicht mal, wo... Wo steht denn da, wer... Ah, da. Vier, äh, zwei, zwei zu fünf. Äh, okay. Das ist auch so, wie der ist so klein geschrieben. Jedenfalls, danke fürs Anschauen und, äh, ja. Wir machen hier noch einen Kill hier, ha? Warte. Den holen wir uns noch. Ja, wunderbar. Wo bist du? Oh, hallo. Ich sehe ihn nicht. Hallo, Gegner. Wo? Ist da oben noch ein Gegner? Ich sehe es nicht. Ich erkenne es nicht. Ich sehe nur Lecken. Ah, da unten muss ein Gegner sein. Ah, okay. Ich konnte gerade nicht schießen. Ich habe gedrückt. Ah, jetzt. Ja, liebe Leute, danke fürs Anschauen. Macht's gut. Und, äh, ja. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare, was ihr hier von, äh, Fortnite haltet. Würdet ihr es, äh, jetzt auf dem Smartphone zocken? Jetzt wisst ihr ja, wie es, äh, aussieht, ne? Das ist einfach scheiße. Und das... Manchmal kommt hier einfach irgendwelches Gebautes. Ah, da ist noch ein Gegner. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Alles klar, Leute. Und, äh, ich hoffe, wir hören uns in einem anderen Video wieder. Feuerbogen. Okay. Tschüss. Und, äh, ich hoffe, wir hören uns in einem anderen Video wieder.